Ja, ich weiß, das ist ein großes Problem, aber das sind halt die Gegner, das sind so, das ist halt wirklich ein echtes Niveau und da treffen wir auch nicht so Leute, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendein Hacker dabei war, aber das ist halt wirklich das Überniveau, das wir, das wir auch spielen. Also da sind viele Gegner, die sind immer so, weiß ich nicht, haben wir Smurfs oder alles andere, das heißt. Diegel? Diegel, 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 diegel! Also, er macht 100 Schaden in zwei Treffen, ich mit 7. So, nein, nein, das ist mit 60. Oh mein Gott, das muss man sagen. Wir müssen viel mehr Counter-Strafen aber auch. Oh mein Gott. Ich hab gerade aufregend über seinen Amp-Bot, hab ich aber selber gefickt. Dankeschön. Dankeschön für nix, Internet! Mein AK ist einfach hin. Zumindest sind wir Counter am Anfang, das mag ich eigentlich recht. Mein USB ist eigentlich recht. Ah nein, ich find da Counter viel besser. Ich hab eh gesagt, Gott sei Dank sind wir Counter. Was? Na, na, na. Darum sind wir hier� Attacken. Come on, come on, yoke. Diegel, 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 die Höften, viel mehr Regeln. Aigner, Aigner. Sag mal. Ist das da Aigner tot oder? Ja. Wenn's geht er zu uns. Dankeschön für nix, gill. Sie käme an B. Der hat einen Speedhack, der ist sogar mit 1000 kmh rumgelaufen. Schön, dass er da hinten steht. Was? Reisinger, du hast gerade perfekt gesehen. Christ, win! Der Typ! Wenigstens hab ich meine Süßes gekriegt. Was war denn das, der Typ hat... Ich soll jetzt mal umgehen mit mir beinahe, nachdem er eignen. Drei Jahre braucht es ihm los. Was? Führ denn der auf? Der sollte nicht programmieren während des mach, oder? Das mach gerade nicht einmal ein. Ja, selber schütt eignen, wenn du nichts lauerst die ganze Zeit. Oh. Tritt ja generell. Da vorne. Ja, der hat wallhack. Dankeschön für nichts. G'sh! Das war das eine Wolle wohl weg. Digga, ich leg euch genau jetzt. Was? Nein. Der... Ey, der muss was auch haben, alter. Nein, wenn er was ankauft hätte, hätte er jetzt einen Headshot getroffen. Wo gehören die Darsten wieder hin? Ja, aber der hat nicht einmal gewusst, von wo ich komme und endet da hin. Obwohl er weiß, dass der Hartl woanders steht. Ja, der war so ein Darsten. Mann, die kenn ich gar nicht. Hey, ich hab den Darsten aus der Karte. Ich hab den Wasser durch, kenn ich schon. Hartl, komm. Ja, ich bin gerade am Darsten rein. Eigentlich. Da. Ich komm schon, ich komm schon, ja. Hat er einen Catwalk von euch? Hab dann. Oh, jetzt extra nicht. Ist schon wer oben? Nein. Oben? Na, aber. Entweder B oder ein Ander. Nicht hartl. Er hat Hitz. Geh rüber. Hilfe. Komm. Da ist nur noch. Ich hab nur noch vom Schuss. Oh, fuck. K. Oh, Hartl. Ich bin fit. Vielleicht von Start aufpassen. Riegen. Oh, jetzt bin ich durch. Ja, er weiß, dass ich wieder erinnernste. Was spammst du auf die Distanz? Was spammst du auf die Distanz? Was spammst du auf die Distanz? Der war drinnen oder nicht? Nix. Da fällt ein Dasten. Was hat das da? Sehr schön bastelt. Nice. Und das ist wie du in Kitschen drin gestanden bist, aber gehen wir durch. Checked. Ja, wo ist dann? Okay. Weil ich selber nicht check. Aber. Kommt mit der HP auf Long Range. Ah, mein, links kriegt den. Ey, klar. Unterprogrammieren weg. Halt Small Reisinger. Oh. Ah, der Paddy ist. Wo war das da drin? Das war meine. Wieso schmeißt du das? Ja, bei mir ist gesmockt. Ja, sie kamen. Wo ist die Reward-Tasten? Von mir ist da drin. Oh, Herr. Äh, Pels. Ah, nur noch da. Wir kämen, wir kämen, wir kämen. Boah. Oh, da hab ich auf einmal mal Sensei umgefügt. Los! Da drinnen. Rechts. Nein, er links. Rechts. Nein, rechts. Ich hab ja gesagt, ich hab ihn ja gesehen. Rechts rein. Ich hab ja nachgesehen, wie er rein grennt ist. Ich hab ja jetzt rechts grennt. Ah, er ist links grennt. Er ist von links nach rechts grennt. Ah, rechts, ja. Wo ist die letzte Dustin? Ich find die Dustin nimmer, auch da. Move it, move it! Move it, move it! Wir hauen mal auf einmal eine. Da ist schon wer mitten, der war schneller wie ich. Ich schau schon short, okay? Ich schau schon short. Du schaust short? Ja. Wer schaut dann mit? Ich kann nicht vor dem Windows stehen. Also ich bin von 100% short. Gesicht. Ja. Hast du rotaten irgendwie durch die Jungle, aber du kriegst das nicht. Ich muss kurz Dustin nimmer da. Achtung, ich flash einmal eine. Deploying flash, bin ich tot. Für was ja immer. Ich geh irgendwo selbst und kann dir nicht sagen wo. Dann passt's auf, dass sie nicht über Windows kommen. We know. Steht der noch da drin? Ja. Der ist tot. Der ist tot. Ja, der ist tot. Ich hab doch eine Bombe. Na da unten steht die Bombe. Ah, weit rechts. Ich flash raus, ich flash raus. Ja. Ich bin neben. Ich sehe nix. Ich glaube rechts hinter Acken vielleicht hat er. Bei der ersten rechts hinter Acken. Bombe. Wo liegt da die Bombe? Hinter Ack! Short! Gönn da ARK, Hattl. Na, ich will keine ARK spielen. Ja, für mich bitte. Dann kaufen wir AIMP. AIMP. Schau, haben wir noch zu viert. Okunano de Nia. Was machst du? Aber das ist kurz sehr gut. Jetzt kriege ich meinen Bildschirm wieder einstecken. Jetzt kriege ich meinen Bildschirm wieder rein. Hattel, ich bin ohne Bildschirm. Nein, ich bin schon mit Bildschirm. Ich spüle nur mit den Soundviews. Ich spüle trotzdem ein bisschen. Gut, dass mein schwarzer Bildschirm schwarz ist. Ach so, mein schwarzer Bildschirm. Was, ich bin nicht. Oh, Adl, wir sind live. Wir sind live. Wir sind live. Und bin Full HD. Live aus der Pulse 4 Arena. Keine Ahnung. Hört nicht. Das ist ein Red Bull Ring. Es stimmt, ich bin nur zu wert, dass Sebastian führt. Sebastian spielt. Habe ich nicht gemacht beim Basti. Passt auf der Scheiße. Aber ich habe ein Video, wie du fast schwebst. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht gespielt. Ich habe nicht. Es ist der Kacott oder was kommt. Ich habe nur ein bisschen Glück. Mehr nicht. Ich habe auch. Aber es schaut zu wild aus. Es wird sehr wenige Kind. und jetzt gibt es sich bloß. Ich habe auch ein bisschen Spaß. Ja, wenn sie es spielt. Ja, für den Extra Kick. Kommen wir trinken Jägermeister Ja, das hab ich gemerkt Außer es war ein Scruff, dann hast du schon Schwache gehabt Naa, das nicht Naa, das war ein Zehner, keine Scruff We show them who we are We show them who we are Naa, irgendwer hat mich da gerade geplockt Ich Könnt schon mal tot sein Na, ist es aber nicht Incendiary out Smoke auf B Sie smoken wie der Basti Fuck Den sitzen müssen, einer ist Ander Da ist nur ein eigener Basti, die Kinder sind über dem Midcammer Pass auf, da ist ein arme Reisinger Reisinger, ich lasse dich kurz allein, pass auf Was tue ich da? Ich hab keine Munition mehr, kommt und war da gestorben Mit einer, auffassen Der rennt wieder ein Der rennt wieder ein Pass auf Reisinger Hier einer Apartment Hä? Hast du das gesehen? Unten ist wo einer, pass auf Links, pass auf Der ist unten nicht gefallen Der ist oben gefallen Pass auf Mitten Hinter dir hinter dir Die Oh mein Gott Oh mein Gott Nikto Nikto Mom has been violated Warst du gestört? Du wirst bei dir Jetzt was du nimmer wolltest Schieß, schieß doch in den Smoke. Was? Das verstehend. Defuse. Defuse. Wieso? Wahrscheinlich. Ja, weil ich nur auf die war. Nein, ich habe aber auch nichts gesehen. Hm? Ich habe gesehen, den Gegner. Ja, nein, also ich habe keinen Schuss gesehen oder gehört. Bis der vorhin einfach gestorben. Ja, weil er direkt einen Headshot kassiert hat. Du Bimbo! Ich hätte beim ersten Mal schon durchgezogen. Das erwarten sie meistens nicht, dass wir beim ersten Mal faken schauen, durchgezogen. Ja, ich bin erschossen worden, ohne dass ich ihn gesehen habe. Also, ich war scheiße. Du warst scheiße, okay. Aber ich war scheiße. Selbst B, Appointments. Ich halte den Schott, das müsst ihr nicht haben. Ich habe mich abgedrückt! B! 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 Ja, warte. Du kannst einen doch nicht. Die hupfen schon alle raus da. Gut. Weiß ich nicht, aber die sind schon unten. Ich sage es ihm, er schaut nicht hin. Da ist er in den醫 Education. Ich gebe ihm in 3 Hits 31 geschaden. Du hast 2 Waffen gehabt? MP5 Ja aber in 3 Hits 31 geschaden. Wir müssen Bombside stehen und gepuschen lassen. Wie wundert sie jedes Mal wieder? Vor 3 Runden haben sie die Taktik angewendet. Sie wenden es wieder. Aber ihr fragt euch wieder, wie das passiert ist. Ja, weißt. Nein, einfach nein. Die Entwickler haben sie auch doch nicht realistisch, wenn wir die Shotguns machen. Yes. Wo spielt sie eine Shotgun? Bei Shotguns für normalen Spielen geht's. Ich würde duschen mit der Nova. Hinter mir! Weil nur einer von mit, 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 mit. Und eine Ramse oder so. Jetzt einfach die Maul. Die Maul. Jo. Ich bin einfach mal so scheiße auf dem Wegsicht. Wir trinken Jägermeister. Ich glaube, der kommt nicht durch. Ach, schwer? Mhm. Ich schwör auf mein Leben. Das will keiner. Garic. Geil, du wirst jetzt im Video. Kannst du uns machen. Was, haben wir Video-Rena? Ja, die ganze Zeit. Und super, wie man instant meinen Nachnamen hört. Soll ich dir Adressen sagen, Gargitsch? Gargitsch, nice to meet you. Der Einzige, der das Video schaut, ist eh deine Mutter und die kennt die Adresse schon. Hahaha. Jetzt nahe, Mutter schaut solche Videos nicht. Aber meine Mutter hat vor kurzem mal Montana Black aus irgendeinem Grund geschaut. Haha. Sie unterstützt mich. Ich hoffe es nicht. Vorsicht, mein Passwort. Dazu hätte ich mir einfach gern so ein Facecam. Ah super. Ja, der Bild 고민 hat mir Passwort. Was ist das? Lillio, hab ich die ganze Scheiße auch kassiert. Ja, ich hab genauso kassiert. P votre WUCHE OUTER, I MAUG NIMA MISCHAU LEBEN SIELEIT Ich geh mal A, EIGNER, du gesst B oder irgendwer anders Vielleicht zeigt der jetzt wie man in O rausspielt Basti Ich glaub sie mir... Ja ich würd sagen nachher Entschulde Ja, weil einfach da dann jeder mehr spielt drinnen und das ist ein Team 3. Ich werde zum Schluss raged wieder irgendwer, weil irgendwer anscheinend kommt und dann passt das wieder nicht und dann passt das nicht. Peles, ich höre noch Peles. Ich kann nicht mehr hier hin. Das ist jetzt dann ja keiner beschwert. Ich weiß nicht mehr. Halt sich krass weg, du du! Oh, Peles. Oh. Oh, ich werde einfach kappen. Oh. Ich schaue erstmal gleich ein Toasi. Weil ich jetzt keinen Kill mache, darauf kann ich versprechen. Der Flow wird gerade ein bisschen zerstört. Sch... Muss ich schützen. Ich weiß nicht, komm mal. Eigner hat natürlich nichts gesagt. Wo bleibt sie? Eigner hat nichts gesagt, er hat es gesehen. Gargitsch, dich noch Scheiße. Du weißt ja... Wollen wir einfach… Lisa und ich spielen. Wollen wir einfach liefen. Wollen wir spielen. Wollen wir einfach liefen? Spielen? ich scheiß mir so in die Hälfte es war wirklich noch nie so einer so sass wie der schon wieder und die Hälften von der Hälften und jetzt mein Gefühl schon der hat dreimal so viel Kills und die Hälfte von seinem Team und doppelt so viel wie der erste Mal der Mulle mindestens 5 Kills also du hast da ein Auto Autobill Autobill Echte Seite Wieso ist es da so dunkel da vorne Ja wahrscheinlich das glaubt ihr ja selber nicht der schießt ja random oben Oh mein Gott Oh mein Gott ich hab den so geahen ist Ich schau Peles um Ich schau Peles um Ja Peles Ist auch noch jemand Peles? Ich weiß Boah Hartl Nur einer Nur einer Nur einer aber der ist Ja warte Sehr schön hartl Wahnsinn Oh einer ist mit gewesen Mit Aufpassen Mit Hinter dir Wo schaust du hin? Du bist so scheiße Oida Na wirklich Sebastian da merk mir einfach dass du scheiße bist Oida Scheiß nicht Oh na das hab ich jetzt Oh na das hab ich jetzt Seil Hahaha Hahaha Das soll ich dir zuliebe nicht Das ist nicht für ewig Das ist nicht für ewig Oh mein Gott 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 Ich weiß nicht mehr wie ich das aufmache Das hier links und rechts nicht mehr die Zeit Ich weiß nicht was da grad bei mir los war Hateln da Ja das tut halt wenn man behindert Nimmst du? Ja Passt So warte wie funktioniert das mit die Timeouts Ich hab alle gefickt Ich hab wirklich alle gefickt Sebastian mach lieber deinen Scheiß statt dass ich da räumst Ich hab's um irgendeinen Stuhl Timeout Danke für nix Da ist einer mit einer mit Ja ich hab Probleme Geht walk Flagship Ich weiß nicht Aufpassen Ich hab auch Der Typ ist ungeflückt Und er hat wen gefickt oder was? Ja mich hinter dir Ich hab auch meine Augen gehittet Er ist schon tot Ich hab auch meine Augen gehittet Oh nein Okay ist der Hartl Vielleicht Anderloch Anderloch Oh nein mit Oh nein mit Ja Züchtung gleich Ich hab's nicht bedenkt wenn ich anfühle Hartl don't try it Ich bin im Peak Ich schau wick wieso schau wick Weil hast du flieg gleich einfach aus dem Fenster Wieso piekst du? Weil es kann Oder LVP mit Nein hol da keiner Schaut's auf die Bombe doch einfach Ja wo ist denn? Beim Eigner Ja dann passt der Wenn jeder einen Eingang covert Dann musst du nicht auf Bombe schauen Warum laberst du nicht mit uns Eigner? Schon jeder muss Das ist dumm was du grad machst Sebastian Ja genau so ist es gescheit Auf vier Eingang anschauen Eigner du schon was gescheites Aber wir schauen jetzt tief Äh Ich weiß nicht ob ich zu tief grad ziehe oder nicht Das ist ja Ich glaub das müsste gut passen Was die hol dir die LVP mit noch Geht unter die Tür ist Wee worden Mhhh Mit Wohin da Ja Wer mitten ist Das war SSG Na das war schaue Habe Das war schaue Habe Das war schaue Habe Ne Basti liegt Basti sperrt Ich probier jetzt was aus wo ich voll in die Hose gehen kann Okay Basti an meinem Geburtstag musst du extra viel trinken Das wünsch ich mir von dir Das ist ja wie hier Ja wie hier Da immer mein Basel zu kriegen Ja ich glaube ja Was? Was? Ja Ich hab's nicht gehört Ich auch nicht Ich auch nicht Ja Kanada ohne Ende Kann man mit schon? Verlöst Nein Kanada ist eine gute Insel Java 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 ist auch eine coole Insel Das ist auch eine von den größten Inseln der Welt Wahnsinn Uuh Wo? Ja aber Helles Komm du hast ja auch gehört dass wir in Pinz sind Ja eh ich hab eh hingeschaut Aber er rennt einfach um und denkt sich Wir haben jetzt einen Headshot Er weiß dass ich lossteh Na Sebastian hat sich geschaut Nu Zwei gegen drei Pass auf unten wird klar in der Kammer Hahahaha Oben Du 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 Shhhh Kennst du den? No Ach die dass der Duh komplett schäbert Ja 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 Und drauf Twop dickens Woh wo er war das ist dass du da stehst das war schon legit ja ich glaub der hat meine Waffen gesehen ja und ich hab der rennt aber durch ignoriert den eigener Kompass zieht nicht auf die ja weil er einen eigenen nicht gesehen hat der hat ja schon gewusst dass der Ding da steht ja aber der eigener hat auch angeschossen oder nicht wenn er zählt wie ein Stein du warst ja Angst du hast das zuverlegt dass Sebastian da steht hat er Sebastian gesebt ja weiß ich nicht warum stehe ich noch mitten das ist dumm schnell jetzt muss ich gehen ja hab auch einen Kill gemacht insfrieden mit mir nein ich kann gar nicht Wann er dürfte an der oder B kommen einer an der vielleicht nur einer an der wissen wir nicht Wann er kommt zu dir eigentlich Bombe sie ist dort denn ist denn Naja der muss der haut was auch der haut zu was von wo hinten Hinten, scht! Hallo! Ich park einfach zurück, Alter! Im Auto! Jetzt ist er im Video! Ja, ja, ja! Jetzt ist er im Video! Grenade out! Was ist das? Monter, der Teilex hier! Ah! Ja! René, oder? Hey! Attl! WOOOOO! Ja! Kennst du mich nicht oder was? Doch! Ja, mein ich auch! Ja, ja, ja! Ja, er hegt! Warum piepen wir? Nein, aber du siehst, das ist schon wieder für Scheiße! Aber... Wofür René überhaupt? Wir werden grad klauert! Wir spielen grad... Irgendwär spielt grad... Irgendwär spielt grad... SP? Gepi... Wofür? Digga, ich hab eins, was den Counter-Strike zugemacht! Das ist... Den kennst du nicht! Weil du Scheiße bist! So wie dein Mann! Let's go! Ja, Liam! Wie haben wir das grad noch verloren? Warum haben wir gepi-t? Doch, kennst... Na, Happy war gar nicht bei meiner Geburtstag... Happy warst du bei meiner Geburtstagsfeier? Ich weiß es nicht! Ich war nicht bei deiner Geburtstag... Pailes, Pailes! Ich hab eh gesagt, dass du sicher nicht jetzt bist! Mäh! Internet! Nicht für das, Alter! Ich scheiß mich gleich mal! Hat wer mit? Shit! Ja, Alter! Mein Maus ist hier! Ja, komm Alter! Ich lag! Ich lag! Weg! Weg! Okay, warum ist das jetzt schon? Ja... Ja... Entschuldigung, lehe! Ich muss über den Rasen auf mein Internet... ...was mich liebt... ...was ich genauso lieb... Oh! Warum sind die wieder so viel besser? Die Hump... ...weil ein Flashbine! Der... Der Kür ist auch noch los! Ich hab den... Ich hab den... Ich hab den... Ich hab den... Ich hab den nicht so gehofft! Der Pusht! Der Pusht! Ja... Ahem... Wie kriegen wir solche Gegner in einer... ...Gold Lobby... Ah... ...nein einmal... Ist das über Lobby? Digga... Bumm... Bumm... Das ist ja so lächerlich! Das hört sich auch wie ein... ...Basketball, oder? Ich hab gedacht... ... das fucking Ding macht... ...dass... ...prime jetzt... ...was kostet, macht euch sie besser... ...anscheinend nicht, oder? Anscheinend mag der Mama es besser... ...hab ich auch nicht zu empfangen... ...kennst du meine Geschwister? Ich glaub... ...ja... ...okay... Ich kenn genauso dich... Schön, dass sie irgendwer mir... Oh, einer Kitschen! Oh, einer Kitschen! Push, push, push! Oh... ... er ist bekannt... Schaut! Ich liebe mich! Es steht noch einer hinten... Auf! Der ist zu gepfangen, Ich weiß gar nichts Ich geh mir anscheißen, obwohl ich die Runden... Hey, da fliegt der Fassade Gute Fault Passt in der Pust, vielleicht einer Hinten, hinten, hinten CT, CT Ersch! Ist der CT tot? Na, CT ist noch einer Ja... 100 Junk, 100 Junk, eignet du das Bombe Noch immer einer CT Ja, CT Was macht ihr jetzt wieso? Ich blanch die Bombe und hab drei Leute umgebracht, was macht ihr eh's? Ich hab dreimal gesagt, dass hinten einer ist Pistel, Pistel Kasti Wie viele Kills hab ich in der Runde? Ja, du carryst kaum mit euch Ja, Sebastian Aber... Er macht da am meisten Na... Gerade eben drei Leute umgebracht Mit zwei Leben Wann er mehr reden, wird's ja mehr funktionieren Let's go, witt du die Oits Wir brauchen wie ein bisschen koordinierter Spindarratten Tarazap jetzt ja funktionieren Wann eh's nicht... Wann keiner auf... CT schaut Ey, ich war grad warm Das... Ich hab gar nicht... Was haben die anderen drei gemacht? Wir waren schon tot Ja, wieso? Weil's das nix geht Ja... 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 Dann schauen wir auf CT, dann wird man davon nimmer umgebracht Ich hab auf CT schaut, der war besser Ende Ich schaue... Da schaue der Partner Das ist aber auch schlecht, wenn der besser ist wie du, oder? Nein... Nein, der ist nicht Nein, der ist nicht Nein, der ist nicht Ah, der Headshot kassiert Warte... Warum kauft man sich einen Helm? Da rechts, rechts, rechts kommt der Helm Warum sollte man sich keinen mehr kaufen? Ja, als Counter kauft man sich normal keinen Ach halt... Ja, AK bringt einen Headshot Aber... Nicht jeder spielt AK Ja, aber die meisten Ich stirb, ich stirb Ich stirb Ich habe da Smoke für euch getroppt, man Bin raus Jo' Danke für nichts für die Flash von euch Was? Anders spawnen Mann, was? Ich liebe mein Internet! Ich liebe Sammeln! Ja, jedes Mal wieder! Weil irgendein schwules Dienst hast keine Krypto-Scheiße, Alter! Ich brauch' ja nicht, Alter! Vielleicht scheiße meinen, oder was? Wird wir nicht mehr zum Ausreden! Ihr habt euch Krypto gemeint daheim, oder wie? Nein, aber... Der Dienst hast, du hast irgendwie Kryptografie-Dienste und verbraucht auf einmal so viel Internet, ich weiß nicht, dass der ganze Route im Arsch ist und wahrscheinlich braucht ihr eh davon halt einen halben Megabyte pro Sekunde! Short! Warte! Ah, nach Jungle! Äh, Jungle Kitchen! Ich steige! Ja, Alter! Was zu machen! Ich kann ja nicht einmal was machen! Nein, wirklich! Ich ziehe ja schon auf ihn! Ich schieße auf ihn! Aber trotzdem sterbe! Ich glaub, der war der Ding! Der war Partner, das war ich mir nicht sicher! Hat er! Du 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 du! Ich weiß nicht, wie ich 1 27 Kits aufdrucke, ob genau wäre ein netter Weckhoof auszuschauen, aber... Wie schaffen wir das nicht? Wir waren zu 5 Bombs heut! Dass wir Kitschen kleeren! Das wir Kitschen nicht gekleert kriegen! ich bin bei dir jetzt gott gestanden und hauptsache ich wurde von der führung gebracht ich hab das ist das hier im flasht ich hab kein flasht mehr kommt wahrscheinlich wie lustig ja dann wollen wir wirklich noch auf A gehen Anastärs, Anastärs, aufpassen ist der A von wo City City Reisinger, du glaubst ja mit der Bombe am besten, oder? Reisinger, du hast genau vor 20 Errungenschaften auf Steam wirklich? ich darf keine mehr machen, ich muss aufhören zu zogen ah fuck ja, das Ding oh er peaked erst einmal ich bin stiffed ja was soll ich sonst machen trink doch mal für Skurde oh Sebastian, du bist schon wieder tot, also ist jeder tot du siehst den, du siehst den Held naa seit wann ah ja jetzt hab ich ihn gesehen ja, wenn er nur löscht wieder wohl hätte komm mal du hätt jetzt ganz schön Ramp gehen können warten können bis er defused nein, er hätte auf der Bombe warten müssen das ist ein Punkt er war nämlich er hat nämlich er hat nämlich je weit näher du bist es du bist wenn er nah genug ist, können den Vorteil vom Scope nicht nutzen er gibt da einfach einen Nose-Kopf schau doch mal in den Augen der steht ja, aber dann ist es ungenauer und außerdem hat er kein Fadenkreuz lass sie mich buschen warum steht irgendwer immer im Weg ja ich bin draußen, hinten shot, shot er ist tot, shot danke gut, dass mein Internet so gut funktioniert liebe weißt du, wie rennst du rum Apartments, Apartments Hattel probierts Hattel Hattel der ist ein Oha, Wallbang-Head-Schutz ich krieg einen Gegner irgendwer steht neben mir ich werd wieder abgeschossen ich steh gefühlt auf einmal im Spiel drinnen ping mich erst einmal im Spiel ich liebe es wer kauft sie denn da eigentlich extra Pistole let's go, let's go also nicht, ich hab's gut gefunden Mr. Krabs na, ich hab nur noch sie nicht mehr gebrobt da pusht einer was ist es ist einer Sonne vom Fehr es ist einer von Fehr es diametri YOD Wahrscheinlich Schierste mit einer M4 Schneller als mit einer Panic Weg so zu weit rechts reisen der würde auch sagen der hat mich ja von Stairs gepiegt darum habe ich gesagt Stairs das ist halt gerade nichts mit dem am Ende jetzt in so ein mit was was ich über mich gesagt habe der ist ja nicht einmal nur auf Stairs ich habe mich als letzter auf Stairs gesehen der hat mich von Stairs abgeschossen oder weiß ich nicht von Hinterstairs und von Connector weiß ich nicht irgendwie so ich habe es dann hätte gesehen dann war ich schon tot hat er Waffen? Brauch er Waffen Mann, wieso ist er nicht tot? da sind zwei eine direkter rechts und decken einer behind mit der Zeuss hat er mich gekriegt behind behind Basti traut sich bei der Klinge gut, alles komplett clear, lieber der letzte ist behind wo ist für die? Apartment, wo wir gepusht sind push nicht Basti nein, ist kacke, ist ein kacke, ist ein kacke, ist ein kacke warum hast du nicht gesprayt Basti? weißt du stinkst oh, ich habe mein eiche, ich habe mein eiche Ding, mein SG, die habe ich noch nie gehabt Alter Hunde, ich gehe mich vergroben let's go, let's go, krack Hunde krack Hunde ich muss mir einmal einen Smoker schauen Gäste hilf mir heute, hilf mir ich kann nicht pieken, wenn du da feierst ich kann nicht pieken, wenn du da feierst johoooo ich liebe es ich liebe das Spiel, es ist so gut hierher nach der Runde auf und deinstallier's muss man splitten, gell? pst du hast dann wo? CT 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 nicht CT, glaube ich nein, ich habe ihn nun schon ok nein, ist es nicht ja, dann ist das wieder ein anderer aber ich habe ihn umgebracht hinter dir da und ich bin ein bisschen schlecht um die Runde ist so scheiße, ey der schlechteste von denen hat mehr Kills als wie der Tritt wisst ihr ok hat jede dagegen geholt die tschüss nein zumindest habe ich keinen Bahn gekriegt ich wollte ich schon liegen die ganze Zeit wahrscheinlich keiner bombt okay soll ich schon mal ein Kriegerlobby öffnen ja Da gehst du schon runtergeladen Ich mach jetzt einen Fett Schönerst du wer mit der KALABE einämmt und den Chinesen da nicht siegt Da war noch eine Bewerbung abschicken Manabrawl Also ja bis später Es gibt einen neuen Mann Habt ihr das gesehen? Mein No-Scope auf Anzeige Ich hab ja einen geilen No-Scope Habe ich das gemeinsam gemacht aber Aber wie hab ich das gemacht Von wo nun? Von oben Jungle Lassen wir noch Nein Imagine wir ficken das jetzt Pistol Ohja Wie lang hast du gebraucht dass du noch denkst Hegner Habe ich die ganze Zeit Habe ich die ganze Zeit Aber ich hab halt nicht Aber ich hab die Kies nicht Oh ich hab EVP Jetzt gehts ab Mit 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 Wir gehen jetzt mit durch Die scheißen kann ich auch Ich hab links eine Hier steppen Einer kommt mit dem Connector Geil was du mit mir Wahrscheinlich stirbt er nicht oder? Einer kommt wo in das? Dieses Timing Dieses Timing Einer ist hinter Das Timing ist so lächerlich, ich schau ein Wind ab, komm da nicht, ich schau gar Kackfick, komm da raus in dem Moment Ich hab aber was gekriegt, ich hab Duel Barretta Skin gekriegt, Alter Ich hab einfach einen Duel Barretta Skin gekriegt Ich hab eine Waffenkiste gekriegt Oha! Das ging mir schon sogar Ohrgass Aber es gibt...